Video an, was Montana Blackity Black heute hochgeladen hat, Haus gekauft und neue Anzeigen. Könnte von KuchenTV sein, außer Haus. Ja, neue Schulden und neue Anzeige, aber wir gucken einfach mal rein. Ich liebe dieses Intro von dem, Alter. Ohne wird's fair, das ist mega. Keine Ahnung warum. Moin Moin, mein Hack-Team, Freunde. Und herzlich willkommen. Heute ein neues Video in alter Frische. Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht es soweit so gut. Alles in Ordnung. Ich bin leider noch ein bisschen erkältet. Dieses scheiß Coronavirus, kapp ab. Und bin auch gerade gefühlt auf Entzug, weil ich mich wieder vom Nasenspray befreit habe. Ich war ja schon dreimal oder viermal abhängig von Nasenspray auch. Ja, es gibt auch eine Abhängigkeit von Nasenspray, wer hätte das gedacht. Junge, aber ich muss mal sagen, also Monte wird doch irgendwie original von allem abhängig, was es so gibt, oder? Also er war ja von Koks abhängig, glaube ich, von Gras, Nasenspray, Spielen. Alkohol. So, also egal, was der irgendwie mal konsumiert, der ist direkt weg. Finde ich heftig auf jeden Fall. Ich habe jetzt während meiner Erkältungsphase wieder Nasenspray nehmen müssen, weil meine Nase verstopfter war als mein Darm, wenn ich Verstopfung habe. Ja, Moin. Bruder, der war... Na, gut. Und die Witze sind ein bisschen eingerostet, wenn man so selten Videos macht. Naja, auf jeden Fall bin ich gerade auf Nasenspray-Entzug. Und das ist auch gut so, denn Nasenspray-Abhängigkeit ist zum Kotzen. Ja, und ich bin jetzt hier gerade beim Baumarkt und will ein paar Sachen kaufen, denn ich habe meiner Oma ein neues Surround-System gekauft, was ich ihr gleich anschließen werde. Das heißt, ihr werdet gleich auch noch Oma und Opa sehen auf Entspannt, die mal wieder auf Oldschool-Nostalgie-Basis vor die Kamera holen. Ich habe ja ein bisschen aufgerüstet bei Oma und Opa. Ich habe den neuen Fernseher gekauft, beziehungsweise habe einen für umsonst bekommen, der normalerweise 5000 kosten würde. Habe den in der neuesten Surround-Anlage gekauft. Was, warum, Alter? Ja, Chata, oder was? Und, und, und. Das mache ich nicht, weil ich irgendwie denke, dadurch bin ich ein heftiger Motherfucker und kriege irgendwie Hashtag-Ehrenmann-Kommentare. Sondern ich mache das, weil zurückgeben immer schöner ist als neben. Und Oma hat damals so viel mir aufgegeben. Ja, also ich sehe das halt auch genauso. Also ich finde das auch, er will ans Erbe. Ja gut, bringt ja nichts, wenn er alles, was er kauft, dann wieder erbt. Aber finde ich auf jeden Fall mega stark von Montau auch. Das zeugt auf jeden Fall von Stärke, dass man halt, wenn es bei einem selber läuft, dass man dann so Freunde und Familie und so weiter nicht vergisst. Sondern die dann halt wirklich hochzieht. Und ja, wer weiß, was er seiner Oma und so weiter noch alles gekauft hat, was man gar nicht weiß. Oder auch seinem Opa natürlich. Also finde ich, ja, finde ich sehr, sehr geil auf jeden Fall, muss ich sagen. Also Props auf jeden Fall dafür, Mann. Ehre geht auf jeden Fall raus. Dass ich einfach Lust habe, jetzt ein bisschen zurückzugeben. Ja, ansonsten, ja, was gibt's Neues? Ich habe mir ein Haus gekauft. Da werde ich später noch ein bisschen was zu sagen. Ein paar Informationen preisgeben. Dies, das, Ananas. Und ansonsten der übliche Stress. Hier mal eine Anzeige, da mal eine Anzeige. Die übliche, ich stehe in der Öffentlichkeit. Scheiße, ja. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt Bock auf ein neues Video. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt in den Baumarkt rein. Beziehungsweise, nee, ach was. Nee, gar nicht wahr. Ich gehe zwar in den Baumarkt rein, ja, aber ihr bekommt jetzt erstmal was zu sehen. Und zwar war eben noch der Fischmann, Fabi, bei mir. Der hat mir neue, sehr, 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 sehr seltene Fische vorbeigebracht. Die haben wir gemeinsam vor einer guten, halt dreiviertel Stunde bei mir ins Becken gesetzt. In meinem Meerwasserbecken. Und das könnt ihr euch jetzt erstmal in Ruhe anschauen. So, wir setzen meine neuen Fische rein. Fabi, der Fischmann. Moin Moin. Moin Moin. Ihr kennt ihn wahrscheinlich vom Gesicht nicht, sondern nur seine Arschritz aus dem Stream, Digga. So, und das sind die neuen Fische hier. Ach, das ist der, der immer sein Aquarium sauber macht, oder was? Da kostet einer einen Düsenjäger. Das ist ganz was Besonderes. Also was ganz was Besonderes hier. Wissenschaftlich Annahmstes Lenardi und auf Deutsch Blaustreifen Perlefisch. Paulstreifen Perlefisch. Blaustreifen Perlenfisch. Kosten. Das würde mich mal interessieren. Düsen in 58 Euro. Aber ne, ist glaube ich der Falsche. Das ist ein Doktorfisch. Obwohl, ist ja das? Ich weiß nicht. Blaustreifen Doktorfisch. Das ist wahrscheinlich ein anderer, wa? Hier Fischperlen bei Etsy. Ne, okay, das ist irgendwie auch nicht. Okay, finde ich irgendwie so. Nicht, keine Ahnung, wo man das herbekommen soll. Aber ja, sieht auf jeden Fall. Ich feiere so Aquarien und so weiter auch mega. Aber erstmal habe ich hier nicht so den Platz in der Wohnung. Und zweitens ist es, glaube ich, relativ teuer. Also, wenn du halt ein ordentliches Aquarium haben möchtest, dann ist das von Montez schon mega krass. Das kommt überhaupt nicht auf der Kamera gerade so rüber. Aber der ist so wunderschön, Digga. Das bollet er sich gleich erstmal ein und verschwindet für ein paar Tage. Wunderschön, Digga. Ja, das Ding ist, auf der Kamera sieht einfach alles nur blau aus. Die kann diese Töne nicht einfangen. Ey, das hat Nemo. Nemo, wuuu. Warum eigentlich in real aussieht. Wunderschön, wunderschön. Jetzt kommt die junge Dame hinterher. Ich hoffe natürlich, dass die ein bisschen länger leben. Ich hatte ja mal... Oha, guck mal da hinten, der schwarze Dinger. Ich hatte ja... Ich habe ja hier noch einen 2.000 Euro Fisch drin. Davon hatte ich eigentlich mal zwei. Aber die Oldschooler können sich noch erinnern, der eine ist gefühlt nach drei Tagen gestorben. Ja, moin. Noch 2.000. Hatten sie nicht verstanden, die beiden. Nee, die haben sie nicht verstanden. Und ich konnte dezent 2.000 Euro die Toilette runterspülen. Dinger, 2.000 Euro für einen Fisch, Alter. Das ist schon, äh... Das ist schon, äh... Ja, kann man auf jeden Fall mal machen, Alter. Aber glaub mir, ihr seht ja so ein bisschen das Muster. Das sieht real 10 mal geiler aus. Und das ist im Übrigen der große, der sich da gerade aufstellt. Das ist der 2.000 Euro Fisch. Wie heißt der nochmal? Äh, Ziprasoma gematum. Komm, moin. Hört sich an für mich wie eine Fremssprache, Dinger. Das ist auf jeden Fall ein Doktorfisch. Ein Doktorfisch, genau. Guck mal, wie der sich aber aufstellt jetzt. Naja, klar, der macht den auf die Gehose. Er ist der Chef normalerweise. Ja, ja, ja. Wie die sich erstmal begutachten, ne? Aber er sagt auch, Dinger. Ja, der lässt sich die unterkriegen. Das ist halt so ein gutes Zeichen. Die sind so gut eingewöhnt, die Tiere. Das ist ein gutes Zeichen, ja. Die vergraben sich nicht gleich panisch und dann checken erstmal aus. Und dann wäre das aber eigentlich... Ja, das ist doch chillig. Ich freue mich über die Fische. Ja, also wie gesagt, ich finde so Aquarien und so weiter feiere ich mega krass. Aber also um so eins zu haben wie Monte, glaube ich, da musst du halt schon ordentlich was hinblättern. Und das ist dann halt auch ein bisschen teuer. Mal angekommen. Da kriege ich ja Steuerschulden von Zeit. Hier gibt es lecker essen. Kartoffel-Karton, wo man es ausspricht. Salat, frisch gepressten Orangensaft. Oha, Opa. Dieser andere sexy Anblick ist das gerade. Opa, ich mach dir erstmal das Arschloch. Ja, auf jeden. So, das ist der neue Fernseher. Opa hat gestern noch geflucht, was wir hier machen. Jetzt fummelt er wieder dran. Ich mach das selber. Da ist Oma. Hallo Omi. Hallo. Na. So, hier ist das neue Surround-System. Ich hab denen das geholt, was ich auch hab. Der Ständer hat schon wieder ein Tausender gekostet. Naja. Da vorne sind die zwei Boxen und diesen Ständer hier. Die sind schwer. Die musst du dich noch holen als Halterung für die beiden kleinen Boxen. Ja. Du wolltest ja nicht in die Wand bohren. Und dass die an der Wand hängen. Ich hab nur das gemacht, was du wolltest. Ich finde, man sieht den Eltern so richtig an, äh, seinen Großeltern richtig an, dass die, dass die eilt sind einfach, oder? Wenn du dir so die Einrichtung anschaust, das ist natürlich auch irgendwo normal, ne? Bei meiner Oma ist das genauso, wenn ich da hinfahre und ich seh so, wie das eingerichtet ist, dann ich mir auch so, Bruder, Alter, so würde ich halt im Leben nicht wohnen. Das ist hier die Bassbox. So, aber erstmal werd jetzt gegessen. Oma hat angerichtet, wieder spontan, ich hab heute auch noch nix gegessen. So lobe ich mir das. So, das ist aber ein bisschen wenig, wa? Das wollte ich gerade hier anfangen zu basteln. Hab alles parat. Dieses scheiß Ding, was ich hier bestellt hab. Vielleicht auch mein Fehler, aber... Ja. Ich hab diese Boxen bestellt. Ich hab nur noch Münzen, ne? Ist er da, oder? Und unten wurde direkt vorgeschlagen, wird oft zusammen gekauft, also die Boxen plus die Ständer und da hab ich gedacht, okay, perfekt, so würde ich's haben, danke Amazon. Und es ist nicht der richtige Artikel. Die Boxen haben hinten eine andere Halterung als die Ständer. Jetzt muss ich da noch Zusatzsachen kaufen, jetzt kann ich wieder ein, zwei Tage warten, obwohl ich das jetzt in Ruhe alles heute aufbauen wollte. Ja, das fuck jetzt gerade, also dieses maximale Abgefuckte bin ich gerade. Aber egal, ich werde jetzt trotzdem die Boxen anschließen, schon mal. Boah, das ist ja viel zu viel Arbeit, Alter. Ja, hatte ich gesagt, dass das die beste Idee meines Lebens ist, Oma und Opa ein Soundsystem zu schenken? Ja, ich glaub, das hatte ich gesagt, ne? Ich sitz jetzt seit drei Stunden hier, versuch das Ding anzuschließen. Also erstmal, es ist komplett ein anderes Produkt von der Aufmachung als die Soundbar 300, die ich mir bestellt hatte von Bose, das alte Produkt. Ist ja in Ordnung, ich hab mir ein neues Produkt bestellt, die Fernbedienung ist komplett eine andere. Ich will euch nur mal als Verständnis ganz kurz, also das ist jetzt hier die Gebrauchsanweisung, die mitkommt. Diese Taste auf der Fernbedienung drücken zum Verbinden. Das Problem ist bloß, auf dieser scheiß neuen Fernbedienung gibt es die Taste nicht. Da bin ich schon eben durchgedreht. Okay, oder was heißt, eben, vor zwei Stunden. Gut, okay, hab ich mir gedacht, kein Problem, bleib ruhig und relaxed. Dann bin ich zu Media mal kurz gefahren, hab einen Ansprechpartner, den ich da keinen gefragt, äh, du sag mal, irgendwie neu. Also ich glaube, also tatsächlich muss ich halt auch sagen, ich glaub, wenn ich so Monte geldtechnisch wäre, ich hätte da auch, also ich hätte entweder wen kommen lassen oder ich hätte das einen Kollegen machen lassen oder so, weil es einfach ein Kumpel so, ey, willst du dir 300 Euro, fahrt ihn, schließt die Scheiße mal an. So, also ich hätte, ich bin, für sowas bin ich echt nicht gemacht, muss ich sagen, jetzt so mit großartig anschließen und so. Das ist mir immer viel zu anstrengend, muss ich zugeben. Neue Fernbedienung, die hat ja gar nicht die, die Taste, die ich drücken soll, um das zu installieren. Er sagt, mach das über die App. Ja, und hier hab ich jetzt die, äh, coole App. Lautsprecher, Soundpass, äh, ja, und... Ich kann euch sagen, und ich mach's jetzt ja schon seit eineinhalb Stunden, der findet gar nix. Es funktioniert einfach gar nicht. Das heißt, ich kann weder mit der App, noch mit der Fernbedienung das Ding installieren. Und ich weiß nicht, wo der Fehler ist, Digga. Ja, ich hab's dir eben gesagt, wenn das Netz nicht gleich funktioniert, ich schmeiß die Scheiße weg, ich hab keinen Bock mehr. Das wirst du auf keinen Fall. Ne, scheiß drauf, ich hol einfach so einen 10 Euro Lautsprecher fürs Handy, der ist einfacher zu bedienen. Geht nur mit Android, die App, ja. Nein, ich schmeiß nicht. Siehst du, weil er wieder so ein Arroganter ist, der halt ein iPhone hat, ne? Ich bin mit meinem, äh, Huawei P30 zum Beispiel auch mega zufrieden, obwohl da kein Apple-Logo drauf ist tatsächlich. Gleich durch, Oma. Aber lass das jetzt einfach liegen und warte bis runter, bis die geöffnet haben. Nein, nein, ich bleib hier auch bis 22. Wenn ihr schlafen geht, sitze ich hier immer noch. Nein, das wirst du nicht. Eigentlich sollte das gar nicht so ein Video werden, wo ich mich so drüber so aufriege. Ich wollte nur, ah ja, ich bin heute bei Oma und Oma ist meine Zeugin. Ich habe gerade doch noch jemanden bei, ähm, Dings erreicht, bei Bose. Und deren Antwort ist, wir haben es jetzt auf vier verschiedene Varianten probiert, das anzuschließen. Also ich bin nicht zu doof. Ähm, selbst er hat es nicht hinbekommen und er hat mir zwei Möglichkeiten genannt, die ich jetzt habe. Produkt zurückschicken oder mir ein Android-Telefon kaufen, weil über iPhone gibt es schon seit längerer Zeit Probleme. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ich habe mir ein Gerät oder ich habe Oma ein Gerät für 1700 Euro gekauft und ich entweder ich kaufe mir jetzt ein Android-Handy oder ich schicke das Ding wieder zurück. Ach, ich saß hier vier Stunden und habe es probiert, habe aber in meinem Verstand gezweifelt. Ich habe zu Oma gesagt, 20 Minuten ist die Installation erledigt, jetzt sitze ich hier vier Stunden, Digga. So, ich denke, nach fünf Stunden haben wir es geschafft. Ja, keine Ahnung, das ist halt auch eine Sache. Ich verstehe das halt auch nicht, warum gerade so Riesenfirmen wie Bose oder sowas dann halt die Apps nicht hinbekommen. Ich sage mal, dass es jetzt Fehler gibt, das ist ja kein Ding so, das kann mal passieren. Ja, das ist jetzt ja auch nicht weiter tragisch so, aber ich sage mal, man sollte das halt schon auch so schnell wie möglich halt wieder hinbekommen. Also zum Beispiel, ich selber habe ja Ikarium oder spiele noch Ikarium und zum Beispiel auch da ist es bei der App so, die funktioniert einfach nicht mehr. Du kommst in diese App nicht rein, die stürzt immer wieder ab und das ist irgendwie seit einem Jahr so, wo ich mir so denke, Jungs, ihr habt irgendwas falsch gemacht. So, fällt das keinem auf oder wie kann man denn so wenig Liebe in ein Spiel stecken, womit man halt auch immer noch Geld verdient? Also finde ich echt einfach absolut nervig, sowas. Wir haben kein Android-Handy gekauft, Opa hatte noch ein Android-Handy und jetzt habe ich es eingerichtet. So sieht Omas Chiller-Ecke jetzt mittlerweile aus. Die Lichter habe ich ihr gegönnt, die kann sie per Handy einstellen. Da ist der neue Fernseher, die neue Throneanlage. Ich meine, ich muss unbedingt irgendwie mich von Monter adoptieren lassen oder so, Mann. Omi, wir haben noch eben Probe, Probe, Probe gehört. Es war so ein Genuss, das zu hören. Und ich bin froh, dass ich nach Hause gehe und das erledigt ist. Oh ja. Ja. Das war wirklich eine harte Arbeit. Vor allem mit was filmt er das eigentlich? Filmt er das mit einer Legria? Würde mich mal interessieren, weil man sieht ja hier, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Haus nicht im Bogen gebaut worden ist, sondern dass es halt ein Fischei ist. Dann ist es wahrscheinlich eine Legria, oder? Weil ich persönlich muss sagen, also falls es eine Legria ist, keine Ahnung so, vom Ton her würde das aber auch passen, das ist ungefähr der Ton, der eine Legria macht. Ich muss sagen, ich habe die Legria ja auch mal gehabt, sehr lange. Ich finde die persönlich gar nicht mal so geil. Also die habe ich jetzt ja auch immer für Kaffee und Kuchen benutzt. Also jetzt die habe ich mir von Manuel ausgeliehen. Ich finde die komplett kacke. Also ich finde die Tonqualität irgendwie, das ist ja eigentlich immer so die Stärke gewesen von der Kamera, aber ich finde, also der Ton klingt nicht gut so. Der klingt nicht so echt einfach, so wisst ihr, was ich meine? Der ist irgendwie zu kräftig irgendwie. Ich habe mir jetzt ja zum Beispiel übrigens auch extra für Kaffee und Kuchen eine neue Kamera gekauft, also zwei neue Kameras gekauft. Ja, einmal hier die Sony A7 III. Ja, mega geiles Gerät, habe ich heute schon mit aufgenommen. Und dann habe ich mir noch die Sony RX-7 geholt. Die hat auch einen, die hat seinen Mikrofonanschluss. Ich habe mir lustigerweise erst vor drei Monaten die Sony RX-5 geholt. Die sehen, die kann man so gar nicht unterscheiden, oder? Welche ist nochmal welche jetzt? Genau, die hat keinen Mikrofonanschluss. Genau, die hat hier nämlich nur zwei Dinger, die andere hat drei. So. Also richtig dumm, da ich mir die geholt habe. Aber ich habe echt überlegt, welche ich mir hole. Und ich dachte so, das war noch vor Kaffee und Kuchen. Und ich dachte so, oh Digga, ich weiß nicht, Alter. Brauche ich wirklich einen Mikrofonanschluss? Weil die hat halt 400 Euro mehr gekostet. Und ich dachte so, boah, das ist schon eine Menge Geld, ne? Willst du das ausgeben? Und ich dachte so, nee Digga, brauchst du nicht. Und dann habe ich Kaffee und Kuchen gemacht. Und dann habe ich gemerkt, wie die Qualität der Ligre ist. Und dann dachte ich so, scheiße Digga. Und jetzt war die runtergesetzt, da habe ich mir gedacht, Bruder, komm, pack ein. Das war nervig. Und lag nicht an mir, sondern anscheinend an Bose, beziehungsweise an Apple. Keine Ahnung. Ich werde mich jetzt mit einem Euro treffen, was essen. Ich habe übelst Cola. So, fertig mit der Kacke. Ich bin am Film, Memo. Memo ist am Start. Ich mache mal wieder ein Video, Digga. Willst du irgendwas sagen, deinen Millionen Fans da draußen? Ich habe keine Mien. Memo hat sich eben über mich lustig gemacht. Weiß man eigentlich, was Memo so macht? Also von was der lebt? Arbeitet der normal? Oder macht der irgendwas bei Monte? Ist der da irgendwie mit drin? Hat der einen Kanal? Ich weiß gar nicht. Der hängt immer mit Monte rum. Also ich bin jetzt ja auch nicht so Monte-Fanboy oder so. Also ich gucke halt hin und wieder mal so in den Stream rein oder so. Aber sonst gar nicht. Der hat einen Laden. Ah, okay. Nice, Alter. Ja, wie gesagt, ich verfolge halt so Monte überhaupt nicht aktiv. Ich kenne zwar die Leute, mit denen er so rumhängt oft oder von denen erzählt. Aber keine Ahnung, was die machen. Aber Kaffee, Alter. Dann kommt ja bald eigenes Kaffee mit Monte oder was? Mal Opa machen lassen sollen. Erzähl dir gleich mal in Ruhe, Digga, was da los war, Alter. Wo wollen wir was essen gehen, Digga? Das ist mega. Ich wusste nicht, dass das Video sich so entwickelt. Aber ich wusste auch nicht, dass ich anstatt für die Installation da, wo ich 30 Minuten eingeplant habe, bis eine Stunde, fünf Stunden brauche. Dementsprechend will ich jetzt einfach was essen und chillen, Digga. Angekommen in Hollenstedt beim Hollenstedter Hof. Das Hotel und Restaurant in einem. Sehr gutes Essen hier. Sehr, sehr gutes Essen. Hoi. Alles klar, Digga? Alles klar, Digga? Kollege? Oh, korrekt. Soll wir uns hier hin. Auch entspannt. Dann erzähl ich halt nochmal ein bisschen was zum Haus. Ach, Memo sucht eine Frau. Nein, Mann. Doch, natürlich. Schreibt sie bei Instagram. Das ist das, was ich sehen möchte. So, Freunde, kommen wir jetzt nochmal zu ein paar positiven Sachen im Leben. Vielleicht auch ein paar negative, die ich auch noch zu erzählen habe. Fangen wir mit dem Positiven an. Ich werde weiterhin in Zukunft auf Twitch streamen. Ihr habt ja mitbekommen, dass da so ein paar Gerüchte im Raum waren, ob ich eventuell wechsle von der Streaming-Plattform. Komm, ich werde weiterhin auf Twitch bleiben. Das heißt, für euch, es wird sich nichts ändern. Ja, dann natürlich... Frag mich mega, was der so ausgehandelt hat, Mann. Das würde mich wirklich mega interessieren. Weil ich sag mal, klar, so Subs und so weiter kriegst du ja am meisten Geld raus. Also zumindest ist es bei mir so auch gerade Twitch Prime Subs. Aber ich sag mal, Twitch will ja trotzdem auch noch irgendwo mitverdienen. Die können ihm ja nicht jetzt jedes Jahr mehr Geld geben und irgendwann geben die dem so 5 Euro von den 5 Euro. Das ist einfach nur noch da, um da zu sein. Aber würde mich mega interessieren, wie so sein Twitch-Vertrag jetzt aussieht. Weil ich habe ja so diesen standardmäßigen, den man halt von Anfang an hat. Ich habe einfach, ja, 2,50 halt. 80,20 weiß man das oder was? Aber auch krass, wenn du so überlegst, er kriegt 4 Euro pro Sub. Wenn er 20.000 Subs hat, so, dann, ähm, dann hat er einfach, äh, ja, 80.000 Euro dadurch. Das ist schon heftig, Mann. Das ist schon... Kann man halt machen. Natürlich ein sehr, sehr entscheidender Punkt für mich. Ich habe mir, ähm, ich glaube, 21. oder 22. Januar ein Haus gekauft. Und werde in den nächsten 1,5, 2,5 Monaten dort schon die Schlüssel bekommen. Wo das Haus ist, was das für ein Haus ist, wie das aussieht, und, und, und. Äh, werde ich jetzt nicht preisgeben können. Äh, ihr könnt das wahrscheinlich verstehen. Der Punkt Privatsphäre. Der Twitch, der Don, das war gar nicht negativ gemeint oder so. Ich gönne das Monte wirklich komplett. Äh, aber ich finde das trotzdem einfach krass, wenn man mal so überlegt, wie viel... Also, das ist immer so das Ding. Ich glaube, auch viele Leute, die so mit YouTube anfangen, so, die sehen sich dann auch so direkt da. Weißt du, die sehen so, boah, Monte, 20 Kasaps, 80.000 Euro will ich auch haben, so. Man darf ja dabei aber auch nicht vergessen, er ist ja der größte deutsche Twitch-Streamer, glaube ich. Ich glaube, Knossi kommt da noch nicht ran. So, es gibt halt wahrscheinlich deutlich keinen, der so viel verdient wie er. Das darf man ja auch immer nicht vergessen, weißt du. Das ist ja klar, so der Bestverdienste in jedem Beruf wahrscheinlich ist mega reich, weißt du. Das darf man immer nicht vergessen. Nur orientier dich an der Mitte. Das ist das Wichtige. Also, natürlich in meiner jetzigen Wohnung, wo ich wohne, war jetzt nicht unbedingt ideal, dass ich nach zwei Wochen, drei Wochen Streaming, beziehungsweise nach zwei oder drei Wochen, wo ich da gewohnt habe, im Stream meine Adresse geleakt habe. Das war ziemlich dumm. Dementsprechend ist meine Privatsphäre in den letzten halben Jahr, ja, ziemlich gefickt gewesen. Will ich mich auch gar nicht groß drüber beschweren. Klar, es ist etwas, was ich nicht feiere, aber es gehört irgendwo auch zu der Seite, in der Öffentlichkeit stehen dazu. Das heißt nicht, dass ich es gut finde, was einige Leute machen, aber scheiß drauf, dafür fahre ich in Lambo und mir geht es finanziell gut. Ja, ist doch so, oder nicht? Ja, ich finde es halt auch heftig. Also, ich muss sagen, keine Ahnung, man kann ja von Monta halt auch wirklich so halten, was man möchte. Aber ich persönlich muss halt sagen, klar, auch er hat Dinge, die man halt kritisieren kann, so gar keine Frage, ne, und davon gibt es bestimmt auch einige so. Aber ich finde auch gerade dafür, dass er halt so viel Geld hat, macht er ja wirklich mega viel Gutes so. Also, ich persönlich bin der Meinung, ich kenne jetzt so keinen YouTuber in Deutschland, der so viel Gutes tut, wie er, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne, also wie einer schon gesagt hat, äh, Rianico schon gesagt hat, also im Chat wird sich über einen lustig gemacht, weil der kein Geld hat, so, und Monta sagt sich so, jo, dann kaufe ich denen halt eine Streaming-Ecke, äh, so eine Gaming-Ecke halt, ne, wo ich mir auch so denke, alter, krass, ne. So, noch nie erlebt, dass das irgendwer macht. So, wenn der, also der macht ja auch öfters mal so Zuschauer glücklich, dann fährt der rum mit seinem Kofferraum, dann darf man sich da irgendwelche Dinge rausnehmen. Ähm, und sowas. Und das finde ich wirklich bei Monta einfach mega cool, dass er halt, dass er halt so viel Geld hat, so, ne, aber trotzdem halt auch ein gutes Herz, ne, weil, wie gesagt, also ich hab das jetzt noch nie gesehen, jetzt so als Beispiel, kann ich, ich sag jetzt einfach mal, Riff Insight zum Beispiel oder Julian Bam oder so, dass die mal sowas gemacht haben, weißt du, ähm, die ja bestimmt auch ähnliche, ähm, ähnliche Erträge haben, ähm, aber es soll natürlich kein Vorwurf gegen den sein, so, das kann man auch von niemandem erwarten, ne, muss ja auch jeder für sich selbst wissen. Aber finde ich bei Monta schon mega krass, dass er das halt macht, wirklich, das ist sehr, sehr korrekt. Also, ähm, ja, aber ich hab mir ein Haus gekauft und bin da sehr, sehr glücklich drüber. Ich will euch da, ich kann euch da nicht so viel zu sagen. Ich kann euch da nicht so viel zu sagen, außer, dass, ähm... Ja, gut, Knossi hat noch was gespendet. Ja, Mois macht auch vieles Gutes, äh, das stimmt schon. Riff Insight hat 20 Immobilien. Jetzt hat er schon 23. Äh, ja, wir gucken uns gleich das neue Tanzverbot-Video an. Wir gucken das aber erstmal fertig. Ich da sehr glücklich drüber bin, ich hab einen Garten, ich hab eine Garage. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass das ein ziemlich, ähm, ja, ein ziemlich geiles Gefühl ist. Köstlich, schmöchtlich, saftig, knaftig. Oder? Sag ehrlich. Ich, äh, Kalbschnitze, mit Kommes, ein leckerer Salat dazu, Ketchup. Klar, wenn das mal ein Ehrenmann sein will, das ist der Zeitgeist. Ja gut, aber guck mal, ich denk mir halt auch immer so, also ich hab früher zum Beispiel auch so Leute kritisiert oder immer so gedacht, ja, das macht der jetzt halt nur für die Klicks oder um besser dazustehen, so. Aber ich sag mal, selbst wenn, so, selbst wenn Knossi Tiere scheißegal sind und er spendet 10k an das Tierheim, einfach nur um besser dazustehen, so, das Geld geht ja trotzdem an das Tierheim, so, und die können ja trotzdem Dinge damit machen, weißt du? Das ist ja genauso jetzt dieser Typ, der jetzt diese 1000 Euro da, diese Gaming-Ecke bekommen hat. So, das kann dem doch scheißegal sein, ob Monto das nur gemacht hat, um besser dazustehen oder so, weil der hat die Sachen ja einfach. So, weißt du? Und der ist ja damit glücklich, so, da wurde ja trotzdem was Gutes gemacht. Deswegen, finde ich, sollte man da auch nicht immer so übertreiben. Kommt vielleicht noch so ein bisschen drauf an, wie krass man das in die Öffentlichkeit zieht. Es gibt auch Leute, die Obdachlosen helfen wollen und die machen 10 Videos darüber, obwohl da nichts passiert, so. Aber ich finde, so wie Knossi oder Monto oder sowas, das machen, finde ich da schon, äh, finde ich da schon korrekt. Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, dass Knossi oder die Tiere egal sind, sondern jetzt nur, wenn es so wäre, ja. Mario und Memo Abi hat Rackkommission dazu. So, ich werde jetzt abschmerzen, ich habe Hunger. So, Freunde, ich bin jetzt unterwegs, habe die Szene jetzt schon gefühlt wieder 10 Mal aufgenommen. Ich bin ein bisschen raus, was Vlogs angeht. Ja, dann natürlich noch ein entscheidender Punkt. Ich habe mir das Haus nicht in Buxtehude gekauft. Das heißt, ich werde aus Buxtehude wegziehen. Ja, hört sich erst mal nach einem großen Schritt an und werde es auch sein. Ich wohne mein ganzes Leben in Buxtehude und, ja, tue mich damit auch immer noch schwer, auch wenn ich den Kaufvertrag schon unterschrieben habe und in 2, 3 Monaten die Schlüssel von der neuen, von dem neuen Haus habe, werde ich mich wahrscheinlich nie daran gewöhnen, groß aus Buxtehude wegzuziehen. Aber es ist ein notwendiger Schritt und man kann aus vielen Negativsituationen auch etwas Positives mitnehmen und das kann ich zum Beispiel reflektieren auf den Einbruch bei mir in der Wohnung. Spätestens danach habe ich mir gedacht, du Marcel, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, auch mal nach Häusern zu gucken, die nicht mehr in Buxtehude sind. Ich habe zwei Jahre lang gesucht in Buxtehude. Der Immobilienmarkt ist gefickt in Buxtehude. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt ja eine große Firma, die alles wegkaufen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Denen ist das scheißegal, ob die 100.000 mehr bezahlen. Du hast als Otto-Normalverbraucher, in Anführungszeichen, oder jemand, der sich etwas kaufen möchte, aber realistisch kaufen möchte, keine Chance, da was zu bekommen eigentlich, haustechnisch, weil die immer noch mal 50.000 rauftun, gerade bei alten Dingern. Grundstücke sind sowieso unmöglich in Buxtehude. Gute Grundstücke, die werden alle weggekauft und was wird es dann machen? Ich bin trotzdem natürlich froh und glücklich, mir ein Haus gekauft zu haben. Tja, Herr Nestle kann sein, weiß man nicht. Ja, es ist halt, es ist schon Props auf jeden Fall am Monte, dass er dir überhaupt zwei Jahre gesucht hat. So weiß ich nicht. Das Ding ist jetzt, für mich persönlich ist es halt so, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt halt in Montes Position, ich müsste mir ein Haus kaufen und ich würde halt in Braunschweig nichts finden. Also mir persönlich wäre das egal, auch wenn ich dann halt woanders hinziehe. Ich weiß nicht, also ich habe das ja auch schon öfter in Videos gesagt, also mir persönlich ist gar nicht die Stadt so wichtig, wo ich wohne, sondern nur so zu einem Viertel würde ich sagen. So drei Viertel sind aber auch einfach die Leute, die da wohnen. Wenn du jetzt in der Stadt siehst und die ist halt mega geil und du wohnst ja dein ganzes Leben, aber die Leute sind halt kacke, ist das scheiße so. Also bei Montes ist es jetzt vielleicht nicht so, aber wenn es halt so ist. Und wenn du halt in der Stadt wohnst, die du jetzt vielleicht so nicht cool findest oder die dir jetzt nicht so 100% zusagt, aber du da mega coole Leute hast, dann wertet das die Stadt ja nochmal unnormal auf einfach. Nach Köthen würde ich sofort ziehen, Alter. Dieses Haus hat größtenteils alle Erwartungen, alle, wie sagt man, ich weiß jetzt nicht, auf jeden Fall alle Punkte erfüllt das Haus im Grunde, was ich immer haben wollte. Klar, paar Punkte gehen nicht, aber das ist auch irgendwo normal. Das perfekte Traumhaus hat man meistens nur dann, wenn man es sich selber baut. Und Bauland, Buxtehude ist nicht vorhanden gefühlt. Und es werden natürlich auch zukünftig dann geile Projekte noch auf mich zukommen und auf euch auch, videotechnisch. Wenn du dir in Zukunft mal ein Haus zu legen, ja, weiß ich nicht, da muss man halt schon mehr Twitch-Primes aufzukommen. Nee, also der Plan ist irgendwann, natürlich, wenn es halt, wenn es mal wieder läuft oder sowas, dass ich mir halt auch ein Haus kaufe. Also da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf, so. Ich finde halt Eigentum generell sehr cool und ich sage mal so ein, also Traum ist auf jeden Fall auch so ein Haus, so was Modernes einfach, so Haus modern und ja, mit Garten natürlich auch, wo dann das Kind oder die Kinder spielen können. Das ist auf jeden Fall so der Dream. Muss man mal gucken. Ja, Gina, dann ruf doch mal an. Das Haus einrichten, die Räume. Ich habe lustigerweise, seitdem das mit Tanzverbot und so weiter war, habe ich immer so viele Zuschauer. Also das hat mich halt richtig nach oben gepusht, einfach durchschnittliche Zuschauer plus 200. Also richtig Lack gehabt einfach. Ja, und jetzt wollen wir natürlich weiter steigen. Neue Gestalt, neues Gaming-Zimmer und, und, und. Ein paar negative Sachen gibt es natürlich wie immer auch im Leben. Und zwar Anzeigen hier, Anzeigen da. Irgendwie gefühlt, je erfolgreicher man wird, desto mehr Arschlöcher da draußen wollen ein Stückchen von der Torte haben. Einer hat mich aus dem Livestream beispielsweise angezeigt, weil ich ihn angeblich beleidigt hätte und will deswegen Schmerzensgeld haben. Das ist halt einfach hardcore lächerlich. Und ich wurde angezeigt wegen sexueller Beleidigung. Da habe ich auch gedacht, mein Schwein pfeift. Aber ihr bekommt ja größtenteils gar nicht mit, was da alles so im Hintergrund läuft. Da muss ich aber auch fairerweise sagen, dass ich da wirklich gesegnet bin mit zwei Geschäftspartnern, die mir so viel Kopfschmerzerei im Hintergrund wegnehmen. Das muss man auch erstmal nochmal lernen zu schätzen. Und ja, das ganze Leben ist ein Lernprozess. Und Wertschätzung zu erlernen und auch zu zeigen, ist halt auch nochmal so ein Ding. Und deswegen Gruß und Kuss nochmal an Dennis und Arne, meine beiden Geschäftspartner. Die haben mir nochmal gezeigt, worauf es ankommt, finde ich. Und ich bin sehr froh, dass die Jungs mir so viel Kopfschmerzerei im Hintergrund wegnehmen, weil ihr könnt euch vorstellen, man wird gefühlt von allen Seiten von den Leuten gefickt. Das ist wirklich etwas... Vor allem, es ist halt wirklich einfach lächerlich. Also ich finde das auch immer mega krass, wenn du so vor Gericht bist gegen irgendwelche Privatpersonen oder so. Oder bei mir war das ja zum Beispiel auch so, wo dieser Geisteiler mich angezeigt hat damals. Das war ja 2012. Der hat halt extra vor Gericht noch gelogen halt, was der Richter aber irgendwie nicht erkannt hat. So hat er voll übertrieben mit, ja, und seitdem kann ich auch nicht mehr schlafen. Weil ich halt in einem Video habe ich halt ein Bild von seinem Auto gezeigt und meinte so, jo, wenn ihr das seht und irgendwie ein Messer dabei habt. Also irgendwie so als Witz war das gemein, kam aber nicht so ganz rüber. da hat er richtig übertrieben und meinte so, ja, und ich schlafe seitdem nicht mehr und so weißt. Einfach nur, um mehr Geld rauszukriegen, wo ich mir auch so denke, Junge, da sitzt gerade ein 17-jähriger Junge auf der Anklagebank, sag ich mal. So, und du versuchst da mit irgendwelchen Lügen mir das Leben halt kaputt zu machen, in der Hoffnung, 500 Euro mehr rauszubekommen. So, wo ich mir halt auch sage, also wo ich halt auch sage, so, das ist halt, das ist so lächerlich einfach, ne? Und ich meine, genauso auch mit Monti. Ich meine, wir wissen natürlich jetzt nicht, wir wissen natürlich jetzt nicht genau, was da vorgefallen ist, aber viele Anzeigen sind auch einfach maximal lächerlich. Zum Beispiel wurde auch letztens angezeigt von einem, also ist auch schon wieder länger her, das ist auch schon fallen gelassen, das hat sich aber jetzt nicht gelohnt, da ein Video zuzumachen. Da habe ich mich über einen, den da wuf jetzt lustig gemacht, der gesagt hat, jo, dir würde ein Babybauch gut stehen. Ne, was denn? Ah, ja, 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 okay. Und dann sage ich so, ja, naja, wir waren jetzt halt schon seit zwei Stunden und online stand, das hat 40 Minuten dauert. Und er so, ja, tut mir leid, aber Sie können unser Essen ja gerne im Winter noch bewerten, wenn es Ihnen geschmeckt hat. Ja, klar, ich gebe euch noch eine gute Bewertung dafür, dass wir jetzt zwei Stunden warten. Tja. Ist das? Genau, das war halt der Fail so, ne? Und dann habe ich mich halt so darüber lustig gemacht, aber halt auch nicht beleidigt. Und der hat mich halt erst angeschrieben so, ne? Bei, hier, wie heißt es denn? Bei, na komm, sag's, per E-Mail sogar lustigerweise. Ja, ich zeig dich an, ne? Das geht ja gar nicht hier, nur weil ich ein Baby will oder so, wo ich mir auch so dachte, ja, wie, also der kriegt ja gar nicht mit, wie weird der ist. Und dann hat er mich halt wirklich angezeigt. Dann habe ich halt auch den Anwalt halt eingeschaltet, ne? Weil das halt einfach sicher ist, ne? So viel Kacke, wie ich da schon durchgemacht habe. Wurde dann halt direkt fallen gelassen, musste halt trotzdem ein paar hundert Euro zahlen. Ist halt, aber trotzdem einfach nervig, ne? Und genau das Gleiche wird das beim Unterauss sein. Und es kostet dich halt Geld und am Ende wird es halt fallen gelassen, so. Aber ich finde solche Leute einfach abnormal dreist. Also, ja, weiß ich nicht, was ich zu sagen soll. Ehrlich, so wie es ist, ich habe oft Momente gehabt in den letzten Monaten, in den letzten eineinhalb Jahren, wo ich mir gewünscht hätte, 50.000 Views auf meine Videos oder 30.000, 40.000 Views auf meine Videos, 2.000, 3.000 Zuschauer im Livestream und du hast deine Ruhe. Aber je weiter oben du bist, desto mehr Leute wollen dich von da oben runter treten und dich ficken. Selbst wenn sie damit keinen Erfolg haben, sie probieren es trotzdem. Und das ist eine Belastung für den Kopf. Das ist wirklich, also, das hat mich zum Teil an meine Grenzen gebracht, aber daran bin ich auch gewachsen. Wir können uns keine... Aber leider gibt es da draußen so viele neidische Huren-Söhne. Aber gut, scheiß drauf. Am Ende, Digga, fahre ich den Lambo auf die Rolex um und fick deren Mütter. Das ist doch ein guter Abschluss, oder? Memo, was sagst du? Ja, jo. Ja, moin, wieder sehr gesprächig. Man kennt die Idee, Memo. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, lasst euch gut gehen. Bin auf eure Kommentare gespannt. Und in dem Sinne würde ich sagen, wieder schauen und... Ja, gutes Video. Kann man auf jeden Fall so machen, würde ich sagen. Ist in Ordnung. Ja, mit den Anzeigen ist es natürlich dumm gelaufen, aber ich denke, das wird... Bei dem Haus würde es mich mega interessieren. Vielleicht schreibe ich ihn noch einfach mal. Ich frage ihn mal, ob er da irgendwas zeigt oder ob er das so gar nicht zeigen möchte. Er ist jetzt natürlich nicht außen oder so, aber drinnen, die Räume, wie das eingerichtet ist oder sonst irgendwas. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Roomtour gemacht, wo man halt, also wo halt alles dunkel war, einfach, dass man draußen nichts gesehen hat. Finde ich persönlich halt am einfachsten. Das ist eine Roomtour. Vielen Dank.